Seid gegrüßt und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wie ich gesehen habe, ist das Vergangene zu dem DMR 115 ziemlich gut angekommen. An dieser Stelle auf jeden Fall vielen Dank für das tolle Feedback und die finanzielle Unterstützung. Des Weiteren haben mich ein paar Nachrichten erreicht, dass der Part, wo ich die Software des Radios gezeigt habe, scheinbar etwas zu kurz war. Das kann ich nachvollziehen, schließlich ist es das erste Radio mit einem großen Farbdisplay und bietet daher besonders viel Platz für etliche Einstellmöglichkeiten. Deswegen hier nochmal ein kleines extra Video, nur für die Software und die Optionen, die wir an diesem neuen Radio vornehmen können. Los geht's! Starten wir zuerst einmal mit dem verfügbaren Equalizer. Wir finden hier auf der rechten Seite nun unseren neuen Knopf. In der Equalizer-Liste finden wir dann zum einen natürlich Flat, Jazz, Rock, Klassik, Pop, Nachrichten und ganz am Ende unseren benutzerdefinierten Equalizer. Werden wir uns nun auf dem benutzerdefinierten Equalizer befinden, können wir durch die Volume-Taste diesen auswählen und hier benutzerdefiniert einstellen, sprich Höhen, Mitten und Tiefen separat anpassen. Dabei kann der Equalizer wirklich ziemlich individuell angepasst werden. Wie wir sehen, können sowohl die Höhen, Mitten als auch Tiefen von 0 bis Minus 6 bzw. Plus 6 angepasst werden. Standardgemäß ist natürlich alles auf 0 gesetzt. Schauen wir uns nun einmal an, was wir alles auf dem Display finden. Oben links natürlich die Empfangsart, in diesem Fall DAB+, rechts oben die Zeit, hier unten den jeweiligen Empfang des Senders und hier unsere Preset-Taste, die wir ausgewählt haben. In diesem Fall ist es die 5. Genauso gut können wir hier auch auf die 1 wechseln und unser Symbol zeigt dann unsere erste Preset-Taste bzw. unseren ersten gewählten Sender an. Die jeweilige Empfangsstärke wird dabei anhand von 5 Balken unten rechts in der Ecke dargestellt. Je mehr Balken vorhanden sind, desto besser ist natürlich der Empfang des Senders. Wir wechseln wir nun zu den Einstellungen von DAB+. Wie gesagt, durch einmaliges Drücken dieses Advanced-Knopfes landen wir hier nun in diesem Dropdown-Menü von DAB+. Und können dann hier die einzelnen Einstellungen anwählen und ändern. Arbeiten wir uns nun einfach einmal von oben durch die Einstellung durch. Angefangen mit der Senderliste. Wenn wir diese anwählen, zeigt uns das Radio alle verfügbaren Sender an. Hier kann man diese natürlich dann auch direkt auswählen, wenn wir diese anklicken. Der nächste Punkt wäre dann die manuelle Suche. Sprich, falls wir eine Frequenz eines DAB-Plus-Senders haben, können wir diese auch manuell suchen. Also hier die Sender, die nun angezeigt werden, sind die Frequenzen, die das Radio jetzt in diesem Fall findet. Und wenn wir zum Beispiel die 5B auswählen, können wir auch hier die Stabilität des Senders prüfen. In diesem Fall, wie man sieht, ist so gut wie kein Empfang vorhanden. Was natürlich auch daran liegt, dass wir die Antenne in diesem Fall nicht ausgeklappt haben. Der nächste Punkt wäre dann DRC. Was ist DRC? Naja, dies ist unsere Dynamiksteuerung. Standardgemäß befindet sich diese Einstellung wieder auf 0. Wir können aber auch ein Halb sowie Eins anwählen. Also mittlere Komprimierung sowie maximale Komprimierung. Das sorgt dann wiederum dafür, dass leise Töne verstärkt werden. Er hat natürlich den Nachteil, dass anschließend der Dynamikbereich des Radios bzw. des Klangs abnimmt. Je nachdem, wie man seine Sender nun sortiert haben möchte, finden wir unter der Senderreihenfolge nun drei Möglichkeiten. Einerseits alphanumerisch, Ensemble und nach gültigen Sendern, also alphanumerisch bedeutet von 0 bis 9 bzw. von A bis Z. Die gültigen Sender, ist klar, er stellt nur die gültigen Sender in unserer Senderreihenfolge dar. Und Ensemble richtet sich nach dem DAB Plus Multiplex. Danach Datum und Uhrzeit. Je nachdem, wie man das Datum dargestellt haben möchte. Tag, Monat und Jahr zum Beispiel. Beziehungsweise auch, wie unsere Uhrzeit wieder aktualisiert werden soll. Falls nun das Radio zum Beispiel nicht dauerhaft mit einem Akku verbunden sein sollte, muss es ja irgendwie die Uhrzeit wieder regelmäßig aktualisieren. Das funktioniert entweder über DAB Plus oder FM. In diesem Fall ist nun beides ausgewählt. Also das Radio bezieht nun die aktuelle Uhrzeit jeweils, wenn es aktiviert ist, von dem DAB Plus Sender bzw. FM. Der nächste Punkt wäre dann Lautheit. Standardgemäß ist dieser ebenfalls eingestellt. Und wenn man diesen deaktiviert bzw. aktiviert, werden die höheren und tieferen Frequenzen kompensiert. Auf jeden Fall ist es empfehlenswert, dieses einzulassen, da es einfach wesentlich besser klingt. Ebenfalls sinnvoll ist eventuell die Sprache umzustellen. Ich glaube, standardgemäß ist Englisch eingestellt. Des Weiteren haben wir hier noch Niederländisch, Französisch, Deutsch, Italienisch, Polnisch und etliche weitere Sprachen. Die letzten vier Punkte beziehen sich dann nun zum einen nochmal speziell auf die Software. Also hier, wir können die ganze Software nun zurücksetzen. Wir werden hier noch einmal gefragt, alle Einstellungen werden auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt. Möchten wir wirklich fortfahren? Nein. Dann unser Software-Update. Hier können wir nun unsere Software aktualisieren, falls es dann mal ein Software-Update geben sollte. Natürlich nur. Und zuletzt unsere Software-Version, die wir hier auslesen können. Ja, ich glaube, mehr gibt es hier bei DAB Plus in den Einstellungen nicht. Wir können nun einmal zu FM wechseln. Diese sehen nämlich relativ identisch aus. Zuallererst die Suchlaufeinstellungen. Hier können wir wählen zwischen lokal und entfernt. Standardgemäß steht es auch auf lokal. So könnte man es in der Regel auch einfach belassen. Danach die Audio-Einstellungen. Hier können wir wählen zwischen Stereo und Mono. Das Ganze werden wir auch gleich nochmal auf dem eigentlichen Home-Bildschirm sehen. Und zwar erkennt man an diesem Symbol in der Mitte zwei Lautsprecher, einmal nach rechts und nach links, stellt in diesem Fall unser Stereo-Sound dar. Wir können auch nun einmal in unseren Monoklang wechseln. Und man sieht, das Symbol ist nicht vorhanden. Das Radio spielt nun nur Mono ab. Das Ganze ist zum Beispiel sinnvoll, wenn der Radioempfang nicht wirklich so gut ist, um dann einfach das Grundrauschen zu vermindern, sollte man in Mono wechseln. Anschließend dann noch Datum und Uhrzeit, Lautheit, Sprache, Software zurückstellen, Software-Update, die Software-Version und die ganzen anderen Einstellungen, die wir bei DAB Plus auch finden. Ansonsten gibt es auf dem Display theoretisch nicht mehr viel zu sehen. Wir können einmal noch hier oben durch unsere Info-Taste weitere Informationen von dem Sender ranholen. Das Ganze geht nur, da wir hier unten unser RDS-Symbol haben. Das Ganze steht prinzipiell, ist eine Abkürzung aus dem Englischen und bedeutet Radio Data System, also Daten, die neben dem Radioempfang noch übermittelt werden, wie zum Beispiel unser Sender Name. Da die gleiche Frequenz dem Sender ja nicht immer zugeordnet werden kann, je nachdem, wo man sich befindet, wird dann über unser RDS gleich noch zum Beispiel unser Name, beziehungsweise normalerweise ein Bild und das jeweilige Genre mitgeliefert. Dann wären wir auch schon theoretisch mit dem Menü beziehungsweise den Einstellmöglichkeiten des Radios durch. Es kann natürlich sein, dass wenn einmal ein Software-Update rauskommen sollte, sich weitere Einstellungen hier untermogeln oder sich etwas vom Design her mäßig ändert. Ob ein Update natürlich kommt, ist fragwürdig. Ich vermute mal, das wird eventuell wahrscheinlich noch eine ganze Weile dauern. Schließlich ist die Software, wie wir sie hier haben, natürlich erstmal ziemlich gut ausgereift und für ein Radio komplett zufriedenstellend. Damit war es das eigentlich auch schon wieder mit diesem kurzen Video, speziell für die Software des Radios. Ich würde sagen, falls dir das Video gefallen hat, lass mir mal gerne ein Like und ein Abo da. Ansonsten sehen wir uns im nächsten Video. Bis dahin. Tschüss. Bis dahin. Tschüss.